da sind wir wieder frisch vom schlachtfeld zur open beta von vorne und wir spielen wieder herrschaft auf der karte brücke zur zuflucht die gegner haben gerade pech weil die seltsamerweise zwei bots haben naja ob das pech ist ja wir sind vier vollzählig die sind zwei mit zwei bots warum sind wir nicht 3 3 mit jedem bot aber stimmt schon die bots sind nicht schlecht rennt zu b gleich ich geh zu a hoch ja da rennen alle in ja ich bin einer von den allen einer von den trotteln wenn jetzt hinter rück zu c oder sind ja wirklich alle wenn er halt weg rennt dann nehme ich einfach ein so eine c eingenommen da und Oh, verdammt. Wenn du keine Aufwärm hast, kannst du nicht mehr aufwärts gehen. nicht mehr ausweichen. Finisher. Scheiße, scheiße. Ah, Mist. Ich will so einen Ritter schnappen. Krieg er auch so sehen und quiefen. Okay, ich hab Zone C ganz gefüllt. Gott, ich wurde grad irgendwie in Sekunden schneller auf Zone A niedergemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das ging. Die hat drei Angriffe gemacht, schon tot. Oh, das hat weh. Wir liegen noch im Ritten in Führung, oder? Ja. Gehen wir zu Punkt A. Ich hoffe jetzt, dass die weg ist. Woa. Lauf. Lauf in dein Leben. Oh, shit. Der hat mich schon, ähm, Turm hoch runter geworfen. Ich hatte so wenig Leben. Hab das aber überlebt. Ja. Oh, ich hab jetzt meinen letzten Weg zum Platz. Okay. Wow. Hast'n Abgang, ab, Klippe runtergefallen. Dein Gefährte ist schwer verwundet. Zone A verloren. Steht schlecht in deinen Freund. Das klingt doch noch nicht so ganz. Ich töte grad den, 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 äh, Wikinger von den Orangenen. Und im Hintergrund stehen die ganzen Pieps von Orangenen und jubeln so. Yeah, 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 haha. Keiner hat's davon nötig, mal irgendwie mit anzugreifen, wenn ich ziehe. Hä? Was ist denn da? Scheiße! Geh! Geh! Gehr! 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 Geh! Gehr! Gehr! Na toll. Ein Queep hat den Kill sich jetzt geklaut. Geh! Machen wir hier das Tor zu, weil er ist Karten. Ne, damit ihr da nicht durchkommt. Wie lange bleiben eigentlich die Tore immer zu, weißt du das? Ein paar Sekunden. Okay. Oh, keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie das Beste wieder aufgehen, wenn du einen. Wow, jemand kann ja noch runterspringen. Eingenommen. LOL. Sack. Oh, wir haben Zone A verloren. Ich gehe mal zurück. Eins mit dem, mit dem, mit dem, mit dem ganz normalen, irgendwie so, so ein, auch so ein Unblock, man kann einen Angriff machen, der so gerade nach vorne geht. Finde irgendwie ziemlich cool. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, worden. Also mit dem, mit der Beschützer. Ja, okay, welch dann. Da irgendwie so ein Angriff, da sticht der halt so, das Schwert gerade nach vorne. Und das ist auch so ein Unblock, woanders. Abwürdig! Okay. Kommt. Ich brauch meinen Bogen. Ich hab mich die Liebe, nicht so greifen möchte. Das ist zu verrückt. Und dannippt. Und dann muss ich es gemütter. Ja, 2 gegen 1. Ich mach jetzt mit bei 2 gegen 1. Und lockbar. Ach du, du hast... Okay, schade. Und von meiner Klinge. Nein! Ich wusste, dass das passiert. Okay, wir sind blau. Die anderen führen gerade. Ich. Wie bitte? Mich. Ja. Glaubt es kaum. Was? Das gibt es doch nicht! Dann macht er eine Ausweichrolle. Und eine Explosion? Das war verrückt. Oh, jetzt kommt der Scheiß-Wikinger angerannt und tötet mich. Kurze Furcht, den anderen sind stark, ey. Ja, ich bin so schlecht. Wie sieht man das jetzt gar nicht? Punkte einnehmen. Okay, ich geh auch mal hoch zur A. Oh. Sind alle 4 da? Ja, A haben wir jetzt. Auf jeden Fall sicher. Oh, Leben oder Tod. Für die Gegner. Für uns. Äh, ja. Ja. Wir sterben immer weg. Neh mal C ein. Zone A verloren. Zone C eingenommen. So, wir haben C eingenommen. Wir haben A verloren. Zone A eingenommen. Zone C eingenommen. Ah. Jetzt kommt ein Ripper hoch zur A. Okay, ich geh auch mal zur A. Bist du auch bei A? Ach so, da sind schon zwei. Da brauch ich auch nicht hingehen. Ja. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Krass. Den Typ zu greifen. Krass. Ach, verdammt. Ich bin down, aber ich kann wiederbelebt werden. Ja, ich seh's. Komm zu dir. Cool. Ich komm auch zur A. Zone A verloren. Okay, zur A. Oh, eh noch. Das ist jetzt mein Controller. Ah, jetzt. Ah, Netzwerke. Wird hergestellt. Flash hoot. Ja, die Sitzung verlassen. Das war einer von Gegnern, oder? Ja, Gegnern bot. Okay. N aux, was haben Sie ein Ripp. Fnesday nicht an Deixaung抱 ihr ihn? Y-häh! Hold' wo, mét du dich! Wcią� ein Ripp. Ding, es gibt ein Ripp. Ha, Delp, d сидest du mich, ein Ripp. De want. Aus dem Rippel? Das einfach ist dort! Super کی? Sehr schön! oben aber wieder gelesen er war mein würde auch das gibt es nicht so haben nicht zu halten die vor Blut die Verkürzung ich liegt da ganz auf der anderen seite ist ja vielleicht darüber sind schließlich aber auch immer am blödesten ort zu sterben ich wollte da hinten rum rennen den punkt einnehmen und sehr nehmen dann kam aber zwei aus der basis vielleicht hatte links lang rennt jetzt da unten jetzt immer weiter und dort wird der pfeil ist rein nehmen noch ein zweiter der ist einfach in dem gang nicht diesen starken angriff machen geschickt nur gegen gewandt heute dort sorry was auch dem noch der rasse dann heißt bei jetzt das stammt der 1 kannst du schneller rennen die die Heilung schon wieder er hat er eine ganze Zeit die oft kann ich das machen Drei Mal noch. Kannst du mal einmal machen. Oh, was? Von das? Ja, ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Einfach in irgendeiner Richtung den Angriff gemacht. Keine Ahnung. Sagt euch, ich muss es noch mit Controller lernen. Das ist echt ungewohnt, wenn man das noch nicht vorher gemacht hat. Schieb das jetzt mal nicht auf den Controller. Ja. Schieb es auf Darius. Darius wegen Diamant verloren, du Noob. Du hast mich nicht wiederbelebt. Ging ja schlecht. Du hättest einfach den Sprintboost reinhauen müssen und rennen. Naja. Und nicht so dämlich gegen die Wände latschen. Äh. Spiel du mal mit Controller. Das will ich auch mal sehen. Nee, muss ich ja nicht. Controller ist ja was. Äh. Okay. Das war leider eine saftige Niederlage, aber bestimmt wird es beim nächsten Mal wieder besser. Was du saftige Niederlagen nennst. Das war... Ja, das war ein Klappensaf. Okay. Knappe Niederlage, knappe Niederlage. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.